Jo, meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Dishonored Dunwall City Trails Und ich muss noch was beichten Ich habe mitbekommen, ich bin ein Vollidiot Man muss das Ganze mit den Pfeiltasten ändern und nicht hier per Anklicken Das war mein Fehler Aber trotzdem, wir sind jetzt hier bei Dunwall City Trails Das werden wir natürlich erst durchspielen Und wir sind jetzt hier bei dieser Prüfung Assassinensturmlauf Gucken wir mal, was wir hier machen Ja, die Prüfung eindeutig, ich denke, das ist schon Standard so Schieß deine Ziele so schnell wie möglich ab Treff keine Zivilisten Ah Das hat einen gewissen Schaden Was habe ich noch? Oh Leute, ich muss hier wirklich abschießen Hm, das wusste ich nicht Ich habe gedacht, ich kann auch, wenn ich da komme Was ist das so, wenn ich da komme Was ist das so, wenn ich da komme Ich füge mich mal an, mein Neues. Nein! Wee, wee, wee. Nee. What? Was ist denn das für ein abatischer Raum gewesen? Oh Gott, wenn wir... Ich muss mich so hart konzentrieren hier. Geht's denn weiter? Ach hier wahrscheinlich, ne? Hey, du Arschloch! Ah! Hat der mich gekillt, der Penner? Alle, hier kommt's wirklich drauf an, richtig gut zu schießen. Ja, geil, wir müssen nur hier von vorne anfangen. Fickt euch doch. So, fuck you. Oh, komm her. Loll! Dass die so was ich sind, hab ich fast vergessen. Ich hab Heiltränke, hab ich keine, ne? Ja, mich ist gefickt. So, den Raum haben wir. Ah, nee, da geht's halt, ja genau. Jetzt kommt hier der Assige raus. Nein, ich hab ein Zivilisten getötet. Sorry. Hm, du kannst keine Mütze mehr dieses Typen tragen. Gibt's denn hier nicht irgendwie sowas wie... Heilung? Ah, ein Starrheim. So. Das war die Nummer 1, da und die Nummer 2. So, ich hab ihn getroffen. Das sah bei mir ein paar anders aus. Du Wichsbeule. Also, mit wie viel, wie, 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 wie viel wenig Leben wir hier schon rummachen, gell? Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Da sind wir ja hier ganz schön knapp unterwegs. Drei Minuten haben wir schon ausgehalten. Oh, wir haben die Mission geschafft. Ja, ich habe, glaube ich, ich habe leider einen Zivilisten abgeballert. Ich habe kein Sternchen. Aber wir haben die Mission geschafft. Das heißt, die Folge ist schon vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr werdet das nächste Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt. Let's play. Dies Honneth. Tschüss.